Smart for Menschen Market. Was steckt dahinter? Nichts vermutlich. Alles Betrug, nichts ist echt, alles nur Lüge. Haben Sie Geld eingezahlt? Wollen Sie wissen, wie Sie Ihr Geld durchbekommen können? Dann schauen Sie sich diesen Film bis zum Ende an. Am Ende werde ich Ihnen verraten, welche Möglichkeiten es für Sie gibt, dass Sie wieder an Ihr Geld rankommen. Hallo, ich bin Annegarnwald-Johrendresch zum Thema Smart Financial Market. Eine der typischen Betrugsplattformen. Ohne jede Frage. Alles, was Sie dort sehen, ist Theater. Kein Cent von Ihrem Geld ist jemals dort investiert worden. Alles ist Lüge. Alles ist Lüge. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei und machen eine Strafanzeige. Das ist eine nette Idee, aber eine Strafanzeige dient nicht dazu, über sich vorrangig, Ihnen Ihr Geld wieder zu besorgen. Die Strafanzeige dient der Bestrafung der Betrüger. Apferschutz wird klein geschrieben, leider. Wir verfolgen die Spur des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, können Sie sich gerne anrufen unter 03088597770 oder besser noch, gehen Sie von der Webseite, lesen Sie erstmal den Artikel dazu und füllen Sie den Fragebogen aus, wenn Sie Interesse haben. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Sie erfahren, ob wir den Fall übernehmen. Es muss hinreichende Erfolgsversicherung geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen konkret, was wir in Ihrem Fall machen und was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Einschätzung kennen Sie dann alle Fakten. Und weil Sie alle Fakten kennen, wissen Sie für sich, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich unserem Verfahren anschließen.